Das ist irregend wie... irregend wie im Orchester. Wenn man einmal die Wahrheit gesehen hat, so weiß man doch, dass sie nur die einzige Wahrheit sein kann und es überhaupt keine andere Wahrheit geben kann, gleich viel, ob man schläft oder lebt. Ich bin ein lächerlicher Mensch. Jetzt nennen Sie mich sogar verrückt. Das wäre ja eigentlich eine Rangerhöhung, wenn ich dabei nicht immer noch lächerlich für Sie bliebe. Aber erst ärgere ich mich nicht mehr darüber. Jetzt sind Sie mir alle lieb. Auch wenn Sie über mich lachen, ja, dann sind Sie mir doch irgendetwas sogar besonders lieb. Ich würde gern mit Ihnen lachen, nicht gerade über mich, aber aus Liebe zu Ihnen, wenn mich nur Ihr Anblick nicht so traurig machte.